Ja, servus Leute, ich bin da back am Start für euch. Ich wollte heute eigentlich ein anderes Video drehen, aber da es aus organisatorischen Gründen nicht möglich war, habe ich mir gedacht, bevor ich kein Video hochlade, werde ich jetzt einfach so ein kleiner Zaubertrick für euch zeigen. Der Zaubertrick ist mehr so für die Party, also könnt ihr auf jeder Party vorführen, ist richtig fresh. Und ja, ihr braucht dazu so eine Streichholzpackung. Kann natürlich voll oder halb voll sein, ist egal. Ich habe jetzt in dem Fall nur noch vier Streichhölzer. Aber was ihr eigentlich braucht, sind nur zwei. Also ihr nehmt zwei Streichhölzer hier raus. Das macht ihr wieder in den Hosensack oder Tasche, je nachdem. So, und dieses Streichhölzchen legt ihr jetzt beim Propanten auf die Hand. In dem Fall, ich habe jetzt leider keinen, der mit mir den Zaubertrick macht, deswegen mache ich es einfach an mir selber. Also ihr legt es einfach auf die Hand, so zur Hälfte. Mit einem anderen Streichholz seht ihr, da passiert nichts, also wenn ich es berühre. Und ich behaupte jetzt, dass ich dieses Streichhölzchen elektromagnetisch aufladen kann. Nur mit mentaler Magie. Also Leute, passt auf. Ich lade das jetzt elektrostatisch auf. Okay, es ist noch nicht ganz, es ist noch nicht ganz, das sieht man daran, dass es noch nicht weg springt. Oh, aber jetzt, im Moment. So, jetzt ist es elektrostatisch aufgeladen. Ihr werdet jetzt sehen, dass dieses Streichhölzchen gleich so was von weg springt, wenn ich das jetzt berühre. Also, passt auf Leute. Ich berühre es jetzt. Und, ihr habt es gesehen, es ist weggesprungen. Ja, das war aber noch nicht alles. Jetzt brauche ich die Streichholzpackung. Brauche ich sie hier. Natürlich. So, ich habe hier noch zwei Streichhölzer drin. Ich werde es euch kurz zeigen, was man mit so einem Streichhölzchen noch machen kann. Jetzt zündet es an. So, ihr seht, es brennt wunderschön vor sich hin. Dann Leute, ihr macht das Streichhölzchen aus. Moment. So, und wenn das Streichhölzchen aus ist, werde ich euch beweisen, dass man es noch ein zweites Mal anzünden kann. Mit mentaler Magie. So. Leute, seht ihr? Es brennt. Ja, Leute. Das war der kleine Zaubertrick. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Lasst doch gerne einen Like da, wenn ihr mehr zu kleinen Zaubertricks sehen wollt. Ich kenne noch ein paar. Und, ja, ansonsten würde ich sagen, ich hoffe, das Video hat euch unterhalten. Und man sieht sich im nächsten Video. Haut rein, Leute. Peace. Peace.